hi schön dass du da bist und zwar schauen wir uns heute das problem an dass die taskleiste nicht mehr reagiert oder wenn wir hier auf windows draufklicken dass sich das menü nicht öffnet dieses problem kommt häufig mal vor zurzeit wegen den updates oder auch sonst und ich zeige dir ganz einfach die lösung dafür wie immer schritt für schritt schnell und easy gut was machen wir dafür wir öffnen den taskmanager das könnt ihr entweder hier mit rechtsklick auf die taskleiste machen aber wenn das bei euch auch nicht geht könnt ihr einfach steuerung alt entfernen drücken auf taskmanager klicken und dann suchen wir den prozess explorer windows explorer heißt er gibt es ziemlich viele und zwar würde ich euch empfehlen das ganze nach namen zu sortieren dann könnt ihr hier einfach durch scrollen wir suchen das logo mit dem ordner drauf und hier klicken wir jetzt rechts unten also wir wählen das an und klicken hier rechts unten auf neustart wenn ihr das gemacht habt seht ihr hier die taskleiste lehrt neu und euer windows menü geht wieder und ihr könnt ganz normal weiter arbeiten ohne ein neustart oder irgendwelche anderen problemen ansonsten wenn ihr das video gefallen hat lasst doch ein leichter abonniert den channel firma it und die sicherheit und dann wünsche ich dir einen wunderschönen tag bis zum nächsten video peace